das muss die folgte der ganzen welt hat sie ausgespäht würde ich sagen so danke für den hellen hier ist was moment mal nehmen wir uns unseren acht das brauchen wir nicht das ist brauchen wir nicht aufgeladen haben wir auch darum aber eine rüstung das ist toll ich habe die ganze zeit aufstoßen sorry leute war es ja schlimm er nicht mal code fragment freigeschaltet alles klar ich lese aber nicht jedes dinge irgendwie fordern wenn wir nur noch mit lesen zugange ich habe da mal so reingeschnuppert in das spiel ganz blind ist es nicht ich weiß so dass hinterher ziemlich viel zu lesen da war und dann gesagt das wollte ich mir jetzt aber nicht panzer glas und aussieht man kommt nicht mal an den schlauch ja was ist so war der geld kriege ich hier nicht die schuhe ich muss mir noch den links anpassen hier dann nehme ich lieber das da das geht auch 60 100 alles klar ja was haben wir ein kartenspiel heiser was ich sehe doch immer hier ach so klar ja statt dass sie mal ein kleppner rufen und das ding dicht machen ja acht mal neu gleich 72 7 plus 2 gleich 9 denn seht ihr das genauso leute ein schlüssel wahrscheinlich für die tür dahinten der verkästelraum von der kette flieger so was haben wir denn da da steht da was zum lesen an berlin 12 oktober 1960 seit zehn jahren ist man hätten eine radioaktive wüste aufgrund des risikos tödlicher strahlendosen worden bisher erst wenige versuche unternommen die sperrzone zu betreten doch nun glauben wissenschaftler eine möglichkeit gefunden zu haben den radioaktiv verseuchten bohnen in new york in nur fünf jahren wieder bewohnbar zu machen genau diese technologie könnte endlich den sicheren einsatz von atombomben ohne umweltschäden ermöglichen sagte professor johann treut heute morgen auf seiner pressekonferenz alles klar so schlüssel haben wir hier aber auch alles was haben wir denn werden sie mondsoldat mond sind ein soldat der neuen armee werden sie teil der zukunft das sieht aus wie blaskowitsch so was haben wir hier wissenschaft auf dem mond wissenschaft der zukunft gemeinsam für ein blühendes morgen von matron die eigentlich nachts wenn man unseren bis letzte zigarette hat es hat sie auf der falschen seite wolf ja die schrift ist sehr schwer zu lesen also ich habe da probleme mit ich konnte jetzt nicht wirklich alles deuten die schatten war alles mitgenommen da blinkt noch nichts mehr ruht in frieden gott gott zum grüßen bruder der warte mal den habe ich doch hier runter ich habe auch fertig aber es hat auf dem monitor irgendwie was gewesen ne schreibt mir nicht so na medikett brauchen wir jetzt nicht so schluss mit lustig radikal mensch da wurde früh unter die decke also ok da können wir unsere waffe wieder aufladen ich meine ich hätte aber gerade noch jemanden hier gesehen ok ich gehe mal oben gucken da kommt er her da fährt automatisch alles klar verbesserung des laser schneiders ok hier geht sie weiter oh nice scheiße der hat jetzt seine waffe mit runter genommen wir können da da ist eine treppe doch gehalten ist der treppe aber ich kann ja auch hinten rausgehen wollen wir dann die erste runter kackse da geht ziemlich viel beim schießen energie verloren man 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 oder prühe starb ist das was du musst machen was müssen wir denn hier machen ist ja irgendwas Kult! Okay. Wieder was gefallen Oh da liegt noch was Ach, wir sind jetzt immer gekommen Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Äh, Mbar-Karte? wo sind wir denn da wir müssen geradeaus und dann irgendwie rechts denke ich mir so wenn ich merke jetzt hier ich schaue mich am besten aber oben bei uns sehe ich jetzt nicht wirklich eine tür okay okay wenn man aber auch wenn wir etwas übersehen so die ist immer irgendwie komischerweise sehr schnell er beim schießen aber man kann damit schießen das ist schon mal nicht weg alter briefe panzer und jetzt mit der maus bedienen gefängnis eisenwald findet zellenblock b2 umschalten strom um mit anlauf zu rutschen laufe vorwärts und drücke umschalt links plus strom links alle komplizierter geht es ja wohl nicht ja ich weiß ich auch was brauchen oh man nicht dein ernst du willst mit uns spielen oder was dann macht der nix aus ich muss da lang er wird mit jemandem spiel ich denke mal nicht dass er da lang kann ich will es aber nicht irgendwie ich habe keine lustig mama das tor sollte eigentlich dicht sein der läuft aber der ist ganz schön aggressiv der wanner wops voll die arena hier tja das ist ein block b dann muss auch b2 hier irgendwo sein oh mann ey ich krieg mega gänsehaut dann bin ich doch ich bin einfach was willi so umschauen ok aufzu gucken wo es dahin geht ich bin 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 du hast sie mal dass sie im schrank Ich bin ein Freund des menschlichen Geistes. Ich glaube, dass dieser Geist in Ihnen wohnt. Da, die zwei. Zeig die Worte, das Hirn kräfiger zu lassen. Als ich für die Zeit habe. Die zwei, das ist super. Nun möchte ich, dass sie eine kleine Übung mit mir machen. Gefösselt wie die Tiere. Wie Gottverdammte Tiere. Da wollen wir noch mal auf hier. Meine Kollegen, ich muss rein hier. So, mal schnell mit aufladen hier. Okay, alles klar. Moment. So. Yay. Allmächtiger. Ich dachte, ich bin geliefert. Und dann kommen Sie, auferstanden von den Toten, um uns zu retten. Unglaublich. Was haben Sie gemacht, Captain Blaskowitsch? Schießen, stechen und Soldaten erhückt. Wir können uns an Zwerg machen, Wild. Fantastisch. Nichts wie raus hier, hä? Hey, du, mach die Tür zu! Oh, Kopfschuss! Nein! Nichts, doch! Los, hilf, hilf! Oh. Was machen wir jetzt? Oh je. Vorsicht! Also gut. An die Arbeit. Sorry für den Husten. Kommen wir an die Lübdungsschacht da oben? Vielleicht geht's da raus. Ja, ja, klicken Sie rein! So. So. Ach so, jetzt mal. So. Das muss ich vorgucken, dass ich hier, oder was? Ja. Ich verstehe schon. Das ist jetzt wieder Blaskowitsch Einsatz hier. Genau das Richtige. Dieser blöde Femse, ey. Schön euch zu sehen. Oh. Äh, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Jopp. Das bringt's. Das ist auch herrlich. Mann, jetzt geht's ab hier. Blaskow in Einsatz. So, den Hut nehmen wir auch noch mit. Nee, brauchen wir nicht so. Oh, wie geht's jetzt hier raus? Leute, wir müssen ja einfach ab hier. Okay.